Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber eines Tages hatte ich ein Problem. Ich wollte wirklich kein Problem haben. Ich hatte nicht danach gefragt, aber es war da. Mein Problem war eine Chance für mich, zu lernen und zu wachsen. Mutig zu sein. Es zeigte mir, wie wichtig es war, genau hinzuschauen. Ich entdeckte, dass es auch etwas Schönes in sich hatte. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!